Die Wollnys, Sorge um Harald Elsenbast. Wie geht es ihm wirklich? Vor einigen Jahren sorgte Silvia Wollnys Lebensgefährte Harald Elsenbast für einen riesigen Schock. Im Türkei-Urlaub erlitt der 63-Jährige einen Herzinfarkt. Er sei beinahe gestorben, habe mehrfach reanimiert werden müssen, berichtete seine Wahlfamilie damals. Er hat das Problem mit dem Herzen. Er hat nur nach einer Herzleistung von 20 bis 25 Prozent, sorge Silvia Wollnys für Beunruhigung. Punkt Harald Elsenbast saß nach Herzinfarkt im Rollstuhl, brauchte laut Silvia Wollnys ein Spenderherz. Eingefleischten Fans dürften die gruseligen Schilderungen noch lebhaft in Erinnerung sein. Seine Maschine ist angesprungen. Er lag zwei Tage auf der Intensivstationen, hat wieder Katheter gesetzt bekommen. Einfach dieser laute Knall, als das Ding losging, und er dann leblos auf der Erde lag. Es ist immer wieder angeschlagen, sodass er bis unter der Nase schon blau war. Die Ärzte sagten, das war ein Herztod, so Silvia Wollnys vor einigen Jahren. Später soll der 63-Jährige zu allem Übel noch einen zweiten Herzinfarkt erlitten haben. Wollnys-Fans hakten seither immer mal wieder bei der RTL-2-Familien nach, fragen sich auch heute noch regelmäßig, wie es Haralds nach der Tortur eigentlich geht. Punkt Die Wollnys waren lange Zeit in großer Sorge um Harald. Punkt 2020 heißt es dann, ein Hausarzt habe sogar bestätigt, dass Harald Elsenbast in den kommenden Jahren ein Spenderherz brauchen werde. Er komme bald auf eine entsprechende Warteliste kommen, hieß es seitens der Wollnys weiter. Silvia Wollny bezeichnete den Zustand ihres Langzeitverlobten später zwar als stabil, korrigierte sich dann aber auf stabil beschissen. Bei einem Bild-Event sorgte das Paar damals für einen weiteren Schockmoment, denn Harald taucht dort im Rollstuhl auf. Auch seine Ziehkinder erwähnten mehrfach, Harald könne kein normales Leben mehr führen. Klar vergisst man oft, wie krank der Harald ist, wenn er so normal am Leben teilnimmt. Und ich kann die Mama auch verstehen, wenn sie zu uns sagt, dass wir mehr machen sollen und dass der Harald weniger machen soll, weil der Harald krank ist, erklärte beispielsweise Kalanta Wollny. Auch Sarajin machte sich Gedanken, ich mache mir auch richtig Sorgen. Vor allem, weil wir jetzt jemanden gefunden haben, mit dem wir sehr gut klarkommen und der uns die Vaterrolle wirklich zurückgibt. Und deswegen ist die Angst halt auch groß, dass da was passiert, weil wir ihn wirklich ins Herz geschlossen haben. Punkt. Die Wollnys, wie geht es Harald Elsenbast nach seinem Herzinfarkt heute? Doch wie ist die Lage heute? Immerhin ist das Leben von Silvias Partner nicht immer ganz stressfrei. Hauskauf und Renovierung in der Türkei, die Eröffnung der Wollny-Boutique in Ilika, Familienstreitigkeiten, Der Dreh der neuen Folgen von Die Wollnys, Staffel 18, in den letzten Monaten gab es allehands zu tun. Punkt. Wie es Harald im September 2023 geht, ist unklar, doch vor ein paar Wochen ging es ihm blendend. Die Sorge, dass Haralds Herz versagen könnte, scheint jedenfalls vom Tisch zu sein, denn neuere Aufnahmen, die bei der Eröffnung des Ladens entstanden sind, zeigen Harald ausgelassen beim Feiern und Tanzen. Im Video könnt ihr euch anschauen, wie er will, das Tanzbein schwingt. Punkt. Angesichts dieser Bilder durften Wollny-Fins sehr erleichtert sein, 30 bis 40 Prozent der Herzinsuffizienzpatienten sterben laut der Frankfurter Rundschau nämlich binnen drei Jahren nach der Diagnose. Die Krankheit ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland und beschreibt einen Zustand, bei dem die Funktion des Herzens gestört ist, entweder weil die Pumpleistung geschwächt ist oder weil der Muskel sich nicht ausreichend dehnen und entspannen kann. Dass Harald Elsenbasts Herz so schwer geschädigt war, dass er sogar auf eine Warteliste für ein Spenderherz sollte, er sich heute aber wieder so gut erholt hat, gleicht einem Wunder. Wollny-Fins können anscheinend endlich aufatmen. Laden der Wollnys in Ilika muss renoviert werden. Bevor das Geschäft nach dem endgültigen Ende der Urlaubssaison in die Pause geht, ist es aber schon vorab ein paar Tage dicht. Das verrät Silvia Wollny am Donnerstag, 28. September, auf Instagram. Hey ihr Lieben, aufgrund von Renovierungsarbeiten ist der Laden erst ab Montag, 02. 10. ab 16 Uhr wieder geöffnet. Wir freuen uns euch dann wieder persönlich anzutreffen, so die elffache Mutter auf ihrem Kanal. Erst zwei Tage zuvor hatte sie angegeben, die Familie könne aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich für die Kundschafter sein. 14 Uhr wieder geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020